Ugezu Wieso nur? Wieso fällt mir die Musik und alles andere nur so wahnsinnig schwer? Was hast du nur? Bitte sag's mir, ich würde alles für dich tun. Tut mir leid. Ist ja irre, wir haben es in die zweite Runde geschafft. Was? Echt ein Live-Contest? Ich will einen Song schreiben. Falls du willst, kannst du aus meiner Geschichte gerne einen Song machen. Seit wann kennt sich Mafuyu denn bitte so gut mit Musik aus? Du brauchst mich doch überhaupt nicht. Sie brauchen jemanden, der sie unterstützt. Und diese Person bist du. Ich will unbedingt, dass unser Publikum mich versteht. Das ist mir sehr wichtig. Manchmal bist du echt komisch. Sei es Ritzka, meine eigene Liebe oder die Liebe eines anderen. Wann habe ich angefangen, die Musik zu hassen? Selbst wenn es nie wieder so wird wie früher, finde ich trotzdem, dass er mir wenigstens die Musik da lassen könnte. Was ist es die Musik des Herstens? Ich bin mit der Musik des Herbstreiten. Will ich sagen, wenn man das mal freckte? Ich bin mit den alsoen Baby oder die Musik der Liga.